oh 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 was geht habt ihr geilen Gruppschwurz vielen Dank dass ihr wieder eingeladen habt zur Zeit von Zwei jawolle es geht weiter yeah 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 okay ich hör auf so wir spielen hier wieder Kopfgeldjagd den Modus fände ich eigentlich am besten direkt ein Kill direkt noch ein Kill und eine Exekution BAM alter haben wir mal drei Leute ausgeschaltet da ist Nummer vier da hat er recht wow 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 shit Moment ruhig ha ich lebe noch ich lebe echt noch holy shit da ist der nächste da ist der nächste ja der ist auch tot den habe ich zwar nicht gekriegt aber er ist tot alter ich glaube das war mein schnellzer Titan ever leckt mir die Nudel so da Granate Granate hat dich eingekillt leck mich am Arsch so ich spiele diesmal mit den Ursprungszeiten nenne ich ihn jetzt einfach mal au 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 ich seh nichts nicht gut so ja ich weiß ich werde von dem beschossen ich muss mich aber gerade um den hier kümmern komm verreckt hart exekution exekution alter ich bin auf ein feier diese runde wer will noch wer will noch also schon gewicht quittet oder was nein da der nächste da kommt der nächste alter perfekte runde bis jetzt da explodiert irgendwas da muss ich glaube ich mal gucken gehen war mal hier jetzt setzen wir da mal hin falls einer durch will ja willst er nicht mehr durch war warum willst du dann nicht mehr durch moment da war noch einer auf dem dach war doch keiner auf dem dach oder nicht ja ich höre ihn hinter mir jetzt stirb endlich man oh nein er hat meine batterie geklaut oh shit was ist hier los gib ihm das ist unser jawohl oh da ist eine batterie da ist eine batterie alter die nehme ich mir oh oh nein was mache ich was mache ich was mache ich panik alter 15 und die runde geht gerade mal drei minuten irgendwas ich muss mal kohle abliefern ich habe so viel kohle ohne spaß leckt mich am arsch so verstärkte waffen habe ich auch mal eingepackt weil ich da mal wieder bock drauf hatte weil das doch den kampf gegen manchen piloten einfacher macht oder auch wenn man kein titan gerade hat gegen andere titans weil man da hält mehr schaden macht also das ist ein geschütz von uns gut zu wissen das sind gegnerische teilen zwei stück alter so preis motocke ja oh oh nein alles klar ich muss raus so gib ihm ja der titan ist down immer noch kein tot wo sind die ganzen leute mir gefällt die hochbrücke oder nichts ich sehe da nichts hier war das fenster fuck alter der ist ja voll zersplitter jung nein er hat mich getötet aber 15 kills 1003 punkte und 98 bonus und das innerhalb von 5 minuten ich habe gerade eine 15 zu einer kd holy shit alter was da los war ich komme da immer noch nicht drauf klar die gönne ich mir mal für meinen zweiten wenn er wieder da ist 98 dollar ist jetzt nicht sonderlich viel aber wenn wir schon mal hier sind scheiße jetzt habe ich die waffe geladen gewechselt nein wo ist meine kam da da wo nein ich wollte ihn gerade eine schlager man scheiße es ist halt auch immer so eine sache man kann geil anfangen aber das halten das kriegt man nicht immer hin beziehungsweise ich kriege es nie hin also ich habe mal geile phasen aber ich kann keine ganze runde wirklich so rasieren wie es hier am anfang getan habe das war die richtige entscheidung sich nochmal umzudrehen kommt halten 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 nicht holen ach mal halten ist schon da der ist dahinten was machen wir teilen denn und dann kommt ausgerechnet dann nukleer ausstieg lebt man halten noch mal der hat noch nie mal damage gekriegt da war bis jetzt noch in seiner koppel drin ok verstärkte waffen gib ihm the fuck das wollte ich gar nicht oh oh nein weg 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 lauf 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 alter da kommt direkt der nächste titan wird mich eigentlich alle verarschen ok da ist auch einer von uns die batterin nämlich mit nein ah da wurde ich schnell zum kopf gelten um das noch abzusamen aber das wurde nicht da nee so nicht mein freund soll doch auch wo der kriegt hart auf dem deckel der kriegt hart auf dem deckel der ist weg so den habe ich auch so scheiß drauf gehe jetzt hin und über den scheiß ab so granaten falls er hier reinkommen will hu 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 oder sogar wirklich der sack oh shit boah das waren zu viele die hätte ich vielleicht wenn ich meine verstärkten waffen angemacht hätte hätte ich die vielleicht kriegen können hätte hätte fahrradkette man wird es nie erfahren aber es hätte reichen können glaube ich ok der lunz da noch ein bisschen rein dann holen wir uns hier jetzt mal dieses schöne ding so richter mit einfach alles blatt stampfen beziehungsweise blatt hauen pam ich mache das eigentlich immer so weil ich will meine munition quasi aufsparen ich weiß man hat unbegrenzte munition aber ich möchte nicht wenn ein gegnerischer titan ankommt oder ein pilot oder sonstiges will ich nicht nachladen müssen dass der dann besser dran ist in dem fall als ich das will ich den nicht gönnen deswegen mache ich die hier im adem nahkampf und die machen wir immer wie man sehen kann nichts an schaden dann lass mal zu b mal gucken haben die titans aktiv wir haben drei titans aktiv wahrscheinlich renne ich jetzt genau in deren bitte aber dann ist das so geronimo biatch jo lasersystem junge riesen feuerball junge ok war jetzt nicht so geil weil die sich da verstecken konnten ja unterstützung unterstützung kann man immer gebrauchen au nein ich wollte da noch schnell hin und dann nuklearexplosion machen aber das hat leider zeittechnisch nicht gereicht schade ja den da oben sehe ich ich wollte aber eigentlich warten ob ich den irgendwie hinterher rennen kann ich habe noch geld ich habe noch geld ich habe noch geld nein oh du mieser wichser sitzt der da ok aber ich konnte bis auf 6 dollar bzw die hälfte habe ich ja verloren also bis auf 12 dollar konnte ich alles abgefahren hallo jemand zu hause hallo sieht nicht so aus dann gehen wir mal dahin zu bünen hausit going bünen oh oh aber gerade wir hätten hier einen gegnerischen pilot ja titan passt bereit die dinger sind auch so geil zum farm für die titans man kriegt auch echt was wow hey da hat mein titan einfach mal guten tag gesagt dat nenne ich mal hallo sagen alter komment mal da sollen wir hin das war ein auftritt was war das denn alter willst du dich echt mit mir anlegen mein freund ja verpisse dich mal jungen will da jetzt nämlich zum hey hey direkt in der mitte junge ach du mieser sack ja und noch eine exekution kommt gibt's nein 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 oh ok er ist das system auf der teil gib ihm nein es haut schon ab was der fuck alter nein hat hier jemand vergessen ich weiß gar nicht wann alle abgehauen ich weiß nicht keine ahnung ich habe die zeichen nicht drauf von daher kann ich das nicht löten ob die abgehauen sind oder nicht aber ich war der letzte aus meinem team das habe ich sehr wohl mitgekriegt ja gute leistung jawohl titan abwehrgeschützt freigeschaltet spielerstufe 34 die wespen da kann ich jetzt jetzt kann man sehen wie viele kills ich habe aber ich weiß nicht wo ich kann auch sein dass man das hier jetzt gar nicht sieht das müsste ja auf der seite sein doch da vorne ist das ne ja da vorne wird das angezeigt am lauf das können wir dann ja mal in der nächsten folge sehen wie viele kills ich habe und ich weiß gar nicht ob das jetzt schon zählt oder ob jetzt erst die die ich jetzt kill naja irgendwie schockt den gold nicht so kann weiß nicht irgendwie kein skin der mich so wirklich wegflasht muss ich sagen wobei das blau eigentlich ziemlich cool ist die farbe auch aber egal egal skins braucht man nicht sagt er der sich erst vor kurzem skins in der cs go geholt hat äh feuert fünffach splittergewehr feuert fünffach the fuck keine ahnung nee haben wir hier noch naja gut dann er stand da achso dann verabschiede ich mich hier ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde mich sehr über ein like freuen und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten video tschüss